Leute, wenn ihr 4K HDR-Footage out of the cam in Automatik mit ein bisschen Musik zusammen geschnitten sehen wollt beim Sonnenuntergang hier über dem Rhein, über Mühlheim-Kerlich und über Andernach, dann schaut euch den nächsten kleinen Clip an. Bang! Hallo Leute, hallo YouTube! Leute, ich habe es mal geschafft, heute Abend noch nach dem ersten Flug mal hier auf den Berg zu fahren und nochmal Wied auf den Berg zu fahren und mal ein paar HDR-Aufnahmen zu machen in so einer Abendstimmung und jetzt beim Sonnenuntergang über Mühlheim. Da ist er gerade im Gange da hinten. Die Sonne ist gerade weg. Ich bin mit der Drohne schön geflogen und habe ein paar richtig geile Aufnahmen, glaube ich, gemacht und wollte euch mal, diese Aufnahmen unbearbeitet zusammenschneiden, damit ihr mal seht, wie der HDR-Modus so performt. Also unbearbeitet mit Automatik werde ich die euch jetzt zusammenschneiden, mit ein bisschen Musik hinterlegt und ja, dann genießt das einfach und schaut euch mal das Original out of the cam Footage an in 4K HDR 30fps. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020